E-Class schafft die Voraussetzung für Industrie 4.0 und eine vernetzte, digitale Welt. Der Standard gibt Produktdaten eine gemeinsame Sprache. Er verwandelt Daten in eindeutige Informationen. Unabhängig von Hersteller, Branche, Sprache oder Land. Der Standard liefert maschineninterpretierbare Daten, die über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes gelten. Von der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb über die Nutzung und Wartung bis zur Entsorgung werden Daten einheitlich verwendet und können jederzeit angereichert werden. E-Class kann in andere Standards integriert werden, zum Beispiel in Austauschformate wie BME-CAD, Automation ML, Verwaltungsschale oder OPC UA. Anlagen und Systeme können Daten so unternehmensübergreifend austauschen und vernetzt interagieren. Die semantische Interoperabilität ist sichergestellt. E-Class ist nicht nur essentieller Baustein für die Digitalisierung der Industrie. In einem smarten Gebäude kommunizieren Heizung, Lüftung und Beleuchtung miteinander und steuern bzw. regeln sich autark. Sie reagieren optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer und steigern gleichzeitig die Energieeffizienz. Viele Komponenten müssen zusammenwirken, miteinander Daten austauschen und kommunizieren. Für diese Interaktionen benötigt man einen internationalen, hersteller- und branchenunabhängigen Standard wie E-Class. Nur mittels E-Class kann die Steuerung eindeutig identifizieren, ob sie eine Lüftung oder eine Lampe anspricht oder welche Temperatur in welcher Einheit gemessen wurde. Weitere Informationen finden Sie auf www.e-class.eu